Musik Ja hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von und mit eurem GameBlamer Und heute habe ich hier was richtig Schöne Die Anfänge der Videospiele Viele Konsolen im Wohnzimmer, also die ernstzunehmenden Atari 2600 wollen wir natürlich jetzt hier nicht vergessen Und die ganzen nachfolgenden Modelle 5200, 7800 Aber wir landen hier jetzt schon im Konsolenkrieg Nintendo gegen Sega Und da hat damals Nintendo das Famicom auf den Markt gebracht Beziehungsweise das Nintendo Entertainment System Und Sega das Master System Es gab das Master System 1, das eher nicht so erfolgreich war Und dann kam das Master System 2, das hier noch so wunderschön glänzt Und von mir auch gemoddet worden ist hier mal wieder Wie fast alle Konsolen von mir Und ich muss sagen, ich war früher Sega war nicht so meine Welt Ich war wirklich so ein Nintendo Mensch und hatte nie ein Sega Mittlerweile wisst ihr ja, hole ich mir alle Konsolen hinterher Und ich muss sagen, das Master System 2 ist eine richtig coole Konsole Kann auf jeden Fall mit dem NES mithalten Leider was die Spiele angeht, nicht so Da gibt es zwar auch richtig coole Aber natürlich ist die Bibliothek an NES-Spielen viel, viel, viel gewaltiger Als die für Sega Obwohl Sega halt immer so hardware-mäßig eigentlich immer die Nase hätte vorn haben müssen Weil die ja eigentlich aus dem Arcade-Automaten-Markt kommen Die haben früher Arcade-Automaten gebaut Und dann haben sie gesagt, hey, komm, wir gehen mal hier in die Videospiele-Branche fürs Wohnzimmer So kam das überhaupt mit Sega Und ja, ich bin froh, dass ich jetzt nach und nach mir diese ganzen Dinger hole Was kann ich zum Master System 2 sagen Also, das ist hier auch wieder so Ich werde euch keine Jahreszahlen oder so um die Ohren knallen Sondern einfach, wie ich das empfinde, wie ich das so erlebt habe Und das erste Mal, als ich ein Sega Master System gesehen habe Das war das Sega Master System 1 bei einem Kollegen von mir mit Asterix Und Asterix war cool Das ist ein richtig cooles Sega Master System Spiel Und wenig später habe ich es mal bei einem Mädel gesehen mit Sonic Und da habe ich zuerst gedacht, das wäre ein Mega Drive Weil Sonic auf dem Master System zu Sonic auf dem Mega Drive Ich habe gar keinen Unterschied gesehen Also, Hammer, was das Ding so konnte Ja, was können wir beim Master System 2 so sehen Also, der Schalter hier ist normalerweise nicht da Dann haben wir den Power-On-Knopf Einen riesigen Pause-Knopf Und wir haben hier hinten, das haben wir normalerweise auch nicht Wir haben hier RF, also normalen Antennenanschluss Und natürlich für unseren Netzadapter Für unseren Strom Ich habe hier allerdings jetzt noch Composite-Anschlüsse rangebaut Weil, ja, Antennenkabel habe ich nicht immer Habe ich eigentlich an gar keinem Fernseher mehr Und ich habe aber immer so ein Kabel an meinem Fernseher dran An jedem Fernseher hier im Haushalt Ich habe ja hier vier Fernseher irgendwie in der Gegend rumstehen Und dann ist das einfach besser, wenn man sowas hat Es sei denn, man hat natürlich RGB und Skat-Kabel Dann ist das natürlich die bessere Wahl So, Besonderheit Hier ist, um den Steckplatz zu schützen vor Staub Kann man das hier, zack Das kann man verschließen und wieder aufmachen Und wir schließen das Ganze jetzt einfach mal an Um euch zu zeigen, was noch Besonderes war Nämlich Auf dem Sega Master System 2 war von vornherein installiert ein Spiel Und zwar Alex the Kid Und das ist gar kein schlechtes Spiel Ich habe jetzt leider kein Joypad hier gerade dran Aber es reicht, um euch das zu zeigen Ich werde das Gameplay einfach mal einblenden Das müsst ihr jetzt nicht sehen, wenn ich das hier einschalte Ihr hört das dann sowieso hier im Hintergrund Obwohl, ich kann euch da nochmal was zeigen Ich bring das Ganze jetzt doch mal rum So, Alex the Kid im Miracle Town oder World So, und jetzt kann ich euch mal zeigen Das Besondere an meinem Schalter, den ich hier habe Ist, wenn ich umschalte Ist das Erstmal die Palbalken haben wir wieder Das haben wir wieder zusammengedrückt So ist das wieder weiter auseinander Und so ist das etwas langsamer Weil das so pal ist Beziehungsweise 50 Hertz Die Musik ist auch langsamer Und wenn ich das umschalte Gleich nochmal im Spiel eben gucken Dann ist das Ganze eine kleine Ecke schneller Weil es dann auf 60 Hertz läuft Ja, das kann man mit dem Sega Master System machen Und das Sega Master System ist in meinen Augen Sowieso richtig cool Weil es halt diese Sachen gab Wie Sonic da drauf Sonic 2 Sonic Chaos Oder Ghostbusters So, und damit ihr mal seht Was ich so meinte Dass man gar keinen Unterschied sieht Eigentlich zum Mega Drive Zumindest aus früherer Sicht Mache ich einfach mal Sonic rein Ha Ich meine, klar Jetzt ist natürlich die Grafik Nicht so pralle Ihr müsst euch das so vorstellen Das ist ja früher für die LCD-Fernseher Quatsch, nicht für die LCD-Fernseher Für die CAT-Fernseher Also die alten Fernseher entworfen worden Die gerade mal höchstens 480p Auflösung hatten Ja, also Es war nicht vorgesehen Auf dem 47 Zoll LCD- oder LED-Fernseher Sich das ganze Spiel anzugucken Ähm Dementsprechend sieht das natürlich heute aus Es gibt natürlich andere Sachen wieder Da habe ich hier Upscaler Damit das ganze auf 1080p abgescaled wird Dann sieht das ganze natürlich schon wieder Eine ganze Ecke besser aus Oder halt Konsolen mit RGB-Signal Die sind natürlich auch toll Und das ist einfach Hammer Kann man auch wieder umschalten Dann ist das ganze wieder etwas langsamer Ja Und wie gesagt Also das Master System 2 In meinen Augen Wirklich Äh Äh Ja Ein super Gerät Gibt halt viele exklusive Spiele dafür Die es für das NES nicht gab Wie zum Beispiel Golden Aches Die ganzen Sonic-Teile Äh Was noch Weiß ich jetzt gar nicht Speedball War Speedball auch exklusiv? Ich glaube schon, oder? Speedball 2 Ich will jetzt nichts Falsches sagen Ja Oder Rambo Boah Rambo 3 Einfach durch die Gegend ballern Und wie gesagt Auch Ghostbusters Hammer Ja Also für mich war das eigentlich ganz super Mich würde mal interessieren Schreibt doch mal in die Kommentare rein Wie ihr das so fandet Ich habe dafür auch Danke Da Habe ich auch zugeschickt bekommen Vom Till damals Diese zwei Zapper Diese Pistolen Damit kann man Ja Auf den Fernseher schießen Da gibt es Habe ich auch ein Ballerspiel Hier Shooting Gallery Und so Leider 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 Funktionieren Diese Pistolen Aber nur Mit wirklich alten Fernsehern Röhrenfernseher Und auf TFT Oder LED Oder LCD Oder Plasma Funktionieren die leider nicht Weil die nicht diese Diese Pixelabfrage haben So Oh Das ist jetzt Der Strahl ist jetzt bei diesem Pixel angekommen Ähm Also ist das getroffen Das gibt es leider da nicht Das ist sehr schade Die würde ich nämlich gerne nutzen Ähm Muss ich nochmal gucken Ob ich mir nicht einen alten Fernseher hole Ja Einziges Manko halt Das Master System hat keinen RGB Anschluss Äh Oder irgendetwas Vergleichbares Ist aber beim NES Nicht anders Da haben sie sich wahrscheinlich gedacht Ja müssen wir da ja auch nicht machen Die Konkurrenz hat es ja auch nicht Ja Ansonsten Wenn ihr Bock habt Auf ein paar Sonic Teile Und ein paar Exklusiv Titel Wie Golden Eggs und so weiter Schlagt zu Holt euch das Master System 2 Bei Ebay Irgendwie kostengünstig Oder sowas Ich kann es nur empfehlen Ich finde es toll Aber wenn ich die Wahl hätte Zwischen Master System 2 Und NES Muss ich ehrlich sagen Würde ich Immer das NES nehmen Leider Ja Ja Ansonsten Wie gesagt Ich freue mich schon auf eure Kommentare Unterm Video Was ihr davon haltet Wie ihr das Master System erlebt habt Oder auch nicht Und eure Meinung dazu Und ansonsten bleibt mir jetzt nur noch zu sagen Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Morgen Guten Mittag Guten Abend Wie spät es auch immer bei euch sein mag Stay tuned Euer Gameblamer Ciao Sega Master System 2 Radically Serious Fun Ich wünsche euch noch einen Wunderschönen